Herzlich willkommen zu meinem Film Tortenseminar Gastro von Frank Simon, Konditormeister und Chocolatier aus Leidenschaft. Gerne möchte ich euch im Schnelldurchlauf zeigen, welche Kreationen jeder von euch unter Profianleitung ohne Vorkenntnisse selber herstellen kann und nach dem Seminar daraus eigene geschmackliche Highlights für Haus- bzw. à la carte Gäste kreieren kann. Da ich selbst acht Jahre als Chefpartysie gearbeitet habe, kenne ich die Küchenabläufe und die Möglichkeiten, die Zeiten zwischendurch zu nutzen. Was ihr benötigt? Viel Geduld, eine ruhige Hand, Freude und Liebe eure Torten zu gestalten. Die Rezepte sind so ausgelegt, dass sämtliche Zutaten und Arbeitsgeräte für die Herstellung im Supermarkt oder Internet erhältlich sind und dadurch perfekt im Betrieb umgesetzt werden können. Wir machen Kaffeebuttercreme mit Kalkcreme hergestellt, Himbeer-Schokokuchen mit Blattgold verziert, Obstkuchen mit Kaltchili, Maracuja-Sahne mit Kaltchilantini hergestellt, Bayless-Trüffel mit Zuckerdekor, Marzipan-Rosen mit Airbrush-Technik besprüht Ganz wichtig für euch, jeder hat seinen eigenen Arbeitsplatz, Arbeitsgeräte und eigene Rohstoffe. Das Seminar dauert ca. 4-4,5 Stunden. Ich könnte zwei Tage dafür ansetzen, aber in meinem Seminar kein langes Abwiegen, alle Rohstoffe sind abgewogen und das Saubermachen der Arbeitsgeräte übernehme ich. Meine Philosophie, wir konzentrieren uns auf das Wichtigste, die Herstellung und Dekoration der Torten. Am Seminarende bekommt jeder ein Zertifikat, alle Rezepturen und seine selbstgemachten Torten in einer dekorativen Verpackung mit nach Hause. Gutscheine, Seminarorte und Termine unter www.simon-entour.de